Ey, geht der voll. Schauen wir mal. Was brauchen wir? Wie funktioniert's? Okay. Ist okay, kaufen wir noch einmal den 2-Scatter. 100x-Bombe, wie kriegen wir die jetzt, also? Achso, die ist automatisch schon da, okay? Okay, okay, okay. Denke per den All. Warte, 2000 Euro sind jetzt in einem Vault drin. Hä, und wie kriegt man den? Ich bin ja schon, ich kenne jetzt den 2000-Dollar-Volt. Aber das geht ja niemals. Liga, was? Hä? Dinge, mein erster Superbar hier. 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 Vielen Dank.